Was macht ihr denn hier? Dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video. Crazy aus dem Badzimmer. Hier ist alles absolut unaufgeräumt. Was der Grund dafür ist, das kann ich euch auch ganz einfach sagen. Oh scheiße. Wir fahren nach Braunschweig. Wir fahren nach Braunschweig. Ich muss mal meinen Kleiderschrank jetzt machen. Alles crazy auf jetzt hier alles. Cottbus gegen Braunschweig. Es ist drei Tage jetzt davor. Es ist Mittwoch. Ich bin bei den ganzen Planungen. Jetzt ist es dabei. Scheiße. Ich bin bei den Planungen dabei, weil ich muss ja jetzt hier die ganzen Schals machen. Unerwartet kam jetzt auf eine Sache dazu. Es war schon zu befürchten, der Cottbus-Block ist ausverkauft. 2500 Gästefans. Ist das der Einverein, beziehungsweise der Einblock, auch ausverkauft ist? Heißt, ausverkaufte Stadion, 23.000 Leute. Es geht um alles. Beide können sich gegenseitig rauskicken. Beide haben 44 Punkte. Beide können auch absteigen. Letzter Spieltag. Es geht wirklich, wer sich mit Fußball auskennt, um alles. Um jeden einzelnen Punkt. Braunschweig hat ein Tor mehr geschossen. Deswegen haben die einen kleinen Vorteil, weil nur noch eine Verein kann absteigen von uns. Also es sind vier Absteiger. Die drei unten, die können uns nicht mehr erwischen, weil die zu wenig Punkte haben. Der 17. kann uns noch erwischen. Wo ich schalte zusammen. Es war gerade von Colletivo Bianco Rosso, also der Fangruppierung, die Rede, dass wir alle rot anziehen müssen. Dass wir alle mit roten Sachen nach Braunschweig reisen müssen für die Choreo. Und ja, es ist einfach heftig. Ich komme gerade, wie auch schon gesehen, frisch aus der Dusche. Ich habe wahrnehmlich gerade beim Fitness beziehungsweise im Gym. Bist du mich fit zu halten, so zum Laufen, Armübungen und Beinübungen. Aber das wird es auch nicht zur Rolle spielen. Nächstes Mal kann ich euch aber vielleicht mitnehmen. Aber ich habe heute ein paar Sachen, die mit euch besprechen sollen und was ich mir bestellt habe und alles. Aber naja, bis gleich. Die schlechte Sache ist leider, heute sollte ja eigentlich das Video über das Derby kommen. Das Problem dabei ist, wenn Olo, beziehungsweise der Kameramann, der es eigentlich machen wollte, kam zu spät. Deswegen konnte ich in die Kamera nicht geben, ganz einfach ging. Kackt vorher, die Kamera zu geben, den Tag vorher. Kann passieren, ihr habt euch auch schon das meiste, habt ihr heute verpasst. Zum Derby zu sagen ist aber noch, wie ihr es schon seht, mein Bein ist gefickt, komplett gefickt. Lieben Großen und Hannes, der Derby ist 2-2 ausgegangen, 2 nur hinten gelegen, 2-2 noch gespielt, dringend den Elfmeter, der auf jeden Fall berechtigt war, so die Hand draußen gehabt. Aber darum soll es noch nicht gehen. Die Geschichte zum Derby und jetzt geht es zum Cottbus-Spielen. Und ihr merkt, ich bin so aufgeregt, schon drei Tage vorher, es geht für mich um alles. Der Verein, wenn der absteigt ist, könnte in die Ruine landen, aber dafür auch gleich mehr. Ihr seht schon, ich habe mal wieder Scheiße gekauft. Ein kleines Megafon, weil ich fahre ja nicht alleine. Ich fahre mit vier anderen Leuten und die muss ich auch irgendwie im Griff haben, ne? Und da habe ich mir das Megafon hier gekauft, um einfach ein bisschen mit Stimmung zu machen, um die Leute anzuheizen, wir werden alle ein bisschen betrunken sein. Ich habe schon den ersten Sticker hier drauf gemacht, ihr wüsst ja, ich Sticker jetzt halt. Und es soll ja auch richtig abgehen mit dem Spielzeug, ich will mich ja richtig hypen davor und auch die anderen wollen richtig hypen, die haben richtig Bock drauf. Die sind zwar nicht alle Energie-Fans, Sympathisanten sind dabei und die wollen einfach ein bisschen Bock haben im Stadion. Ich habe ja fünf Karten vorher geholt, jetzt ist es ausverkauft, zum Glück haben wir das noch hinbekommen, aber ich würde sagen, das ist das Erste, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir einen neuen Sticker bestellt, ihr wusstet ja, ich habe ja, äh, diese Sticker hatte ich ja noch, aber da sind nicht mehr so viel über, ich glaube noch so 40 Stück sind da vielleicht über. Und jetzt habe ich mir eine neue geholt, beim anderen Stand einmal und nochmal die gleichen, wie ich es vorhin schon hatte. Stickern wir ganz Braunschweig und die ganzen Bahnhöfe und alles drum und dran voll. Man muss ja sein Verein vertreten, wo man kann. Das Wichtigste ist eigentlich für euch, was ist Leute, genau, eine kleine Actioncamp, weil ich die große Kamera nicht ins Stadion reinbekommen, deswegen habe ich mir von Lukas diesmal, weil Jorik leider nicht mehr da ist, der ist nämlich mit einer Klassenfahrt oder so für drei Wochen weg und kommt erst am Samstag wieder, deswegen kann ich seine Kamera diesmal nicht haben, deswegen habe ich diesmal die. Ist keine originale GoPro, reicht für mich aber komplett aus. Acme, die werde ich in den Stadion mitnehmen, hier in die Brust dran und dann ein bisschen mit Handy und mit der filmen und dann werde ich für euch alles mithalten, was während des Spiels passiert, davor kann ich ja ohne oder mit Handy oder auch vielleicht mit der Kamera filmen. Aber das ist eigentlich so das Wichtigste für euch, zu wissen, mit was filme ich eigentlich während des Spiels. Musik so Leute, ihr habt ja jetzt gesehen, wie die Aufnahmen sind, ich guck mir die später selbst nochmal an, ähm, ja, es gibt glaube ich nicht mehr so viel zu erzählen, ich muss mal gucken, wie die Funkqualität ist, wenn nicht, dann muss ich das auch mit einer anderen Kamera machen, aber ich würde sagen, mit der nehme ich auch das ganze Spiel auf, wenn die Qualität relativ in Ordnung ist, ob ich nicht sagen, ich bin dann, das gleiche und haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut.